Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bombeister-Spiel-Tutorial Ja und heute werde ich euch zeigen wie man den so genannten Cube macht baut, bastelt Ich glaube es ja gar nicht Moment Das gibt es doch nicht Mündchen, ich muss schnell was nachschauen Ja, das ist tatsächlich 3x3 Und geht auch Bis dann Ja 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 Vielen Dank.